Der Erkenntnis der Blaue Ecke, er trägt die schwarzen Hosen mit dem Silbergebund, er scheint mit 79 grossen und 70,4 Kilogramm schwer. Der Erfahrene Kämpfer kommt zu uns mit 35 Siege, 20 Siege, davon nur Kragen, gegenüber nur 7 Niederlagen und 1 Unentschieden. Er repräsentiert das TSK-Fighting, kommt aus allen in Deutschland. Er ist der Deutsche Meister, der Präsident von der International Kickboxing Organisation. Ich begrüsse ihn mit mir, Schlacka Weiber Wittmann. Im Gegenteil mit dem Blaue Ecke, er trägt die schwarze Hose mit dem Blaschenbund, er ist ein mit 80 grossen und 72,5 Kilogramm schwer. Er kommt zu uns mit 11 Siege, 6.5 Kilogramm, Gegenteil mit Nummer 2 Niederlage und 1 Unentschieden. Er repräsentiert 2G Marau, er ist die World Kickboxing Union-Svizermeister. Begrüßet Sie mit mir, René Bluberin-Horgen! Prettkirchen! 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 gut! gegerchen! ohl! Jaaa! Jetzt kommt man zu! Nach links! Bravo! Genau so! Schön! Genau so! Jetzt kommt man! Check! Check! Opa! Jetzt kommt man! Genau so! Jetzt kommt man! Bravo! Bravo! Sehr schön! Genau so! Die Mittelein! Schön scharf! Das ist der Link! 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 In die Mitte! In die Mitte! Komm! 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 Pass! Komm! Komm! Trust sie! Tragen! Konzentrieren! Und jetzt! OK! Ja, 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 ja. Vielen Dank. 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 ... 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